Hallo, in diesem Screencast ein kleiner Tipp. Ein Terminal per Tastatur starten. Tastenkürzel kann man bei GNOME 3 wie folgt einsehen und verändern. Man klickt oben rechts auf den Benutzernamen, wählt Systemeinstellungen, klickt auf Tastatur. Unter Tastaturkürzel kann man die Tastenkombination bearbeiten. Bei vielen Aktionen liest man das Wort deaktiviert dahinter. Es gibt also zu der jeweiligen Aktion noch keinen Tastaturkürzel. Eine Aktion davon ist unter Starter die Aktion ein Terminal starten. Ein Klick auf deaktiviert und man ist in der Lage für ein Terminal starten, eine Tastenkombination zu bestimmen, zum Beispiel STRG-ALT-R. Einstellung schließen. Mittels STRG-ALT-R wird nun das Terminal für die Eingabe aufgerufen. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!